Am 17.06.2024 gegen 0.05 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Köln zur Hauptstraße in Porz alarmiert, da eine Person drohte aus einem Fenster zu spüren. Die Person konnte gesichert werden. Im Einsatz waren der OV und BVA 10, der Leuchtzug 7, das Hilfsverleistungsleuchtfahrzeug 8, der Gerätewagen Höhenrettung, das Notauseinsatzfahrzeug 7, der Rettungswagen 7.1 und zwei Funkstreifenkraftwagen. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.